Hallo liebe Kinder und liebe Playmobil-Fans. Heute machen wir ein Video über Jessica, wo den Arm gebrochen hat. Bitte lasst uns ein Like und subscribt in unserem Kanal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, neue Ideen für neue Videos. Viel Spaß! Kinder, kommt! Wir gehen jetzt zum Spielplatz. Ja, wir lieben den Spielplatz. Los! So, Kinder, hört mal auf mit diesen Blüzen. Kommt, es ist schon fast 5 Uhr. Dann schließt den Park noch. Okay! Wow, der Spielplatz ist ganz schön voll heute. Mama, ich Jessica und Katharina, wir gehen alle zusammen zur Rutsche. Ist gut? Ja, geht schon. Ja, jetzt bin ich dran, wo gerade rutscht. Ey, ich möchte durch. Nein, ich! Lass mal! Jetzt bin ich dran. Warte. Ja, jetzt bin ich dran. Wui! Äh, ich habe ein bisschen Angst, aber okay. Äh, ja! Hey, so viele Kinder! Hey, pass mal auf! Hey! Hey, hey! Auf die Seite! Hey, pass auf! Äh, manchmal konnten wir dort raus. Gehen wir wieder hoch. So, los, gehen wir hoch. Oh, cool, ich möchte auch zum Baum nach oben. Dort sind schon richtig viele Kinder. Ich warte mal ein Stückchen. Gut, jetzt ist es leer. Juhu, ich bin jetzt auch oben. Wow, das wutscht. Ah, ei, 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 ei! Ei! Pass auf! Äh, au! Aua, aua, aua! Mein Fuß, mein Arm! Oh nein, Jessica! Oh nein, Jessica! Oh nein, Jessica, geht's dir gut? Aua! Mein Bein tut richtig weh. Ich hole Mama, warte kurz. Mama, Mama, Jessica ist umgefallen. Ich glaube, sie hat einen Arm gebrochen. Und vielleicht den Bein verstaucht. Komm, schnell! Oh ja, ich komme gerade. Oh nein, Schätzchen, was ist dir passiert? Ich hole kurz einen Krankenwagen. Hallo, hallo, Krankenwagen? Ja, guten Tag. Ähm, meine Tochter, ich glaube, sie hat einen Arm gebrochen. Wir sind im Sil-City-Park. Äh, gerade bei der Windlerstraße. Können Sie bitte einen Krankenwagen schicken? Ja, klar, Mern, das hätte ich gerade gemacht. Wo sind Sie also ganz genau? Ähm, im Windler-Park. Okay, in welcher Stadt? Äh, Stadt Zürich. Okay, danke, wir werden gerade einen Krankenwagen schicken. Bitte warten Sie noch zehn Minuten. Danke. Guten Tag. Tschüss. Ich habe gerade den Krankenwagen angerufen. Er kommt in zehn Minuten. Aufpassen. Oh nee, guten Tag. Guten Tag, hallo, können Sie mir bitte erklären, was passiert ist? Ja, meine Tochter ist von diesem Baum oben runtergefallen. Und es tut ihr ganz fest den Arm weh. Okay, zeigen Sie mir mal. Gut, beweg mal den Arm nach oben. Mh, sorgfältig, langsam, gut gemacht. So, Doktor, ist alles in Ordnung mit ihr? Ja, klar. Bei ihr ist alles tiptop. Einfach, sie hat ein bisschen den Arm, ja, im Knochen ein bisschen verstaucht. Es sieht so aus, als ob es ein bisschen gebrochen wäre, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Sie müssen einfach beim Krankenwagen reinkommen und ich stelle gerade noch einen Gips an, wo sie vielleicht noch so sieben Wochen tragen wird. Und dann ist alles klar. Ist gut? Ja, danke sehr. Also bitte begleiten Sie mir zum Krankenwagen. Aufstehen. So. Gut, so, hier durch. Gut, kannst du noch alles gut sehen? Ja. Super. Dann warst du überhaupt nichts mit dem Kopf, nur auf dem Arm. Ja. Also gut, begleiten Sie schnell hier durch. So, du kannst hier hinsetzen. Ich hole dir schnell ein Gips. Bleib bitte stehen und drück bei keinen Knöpfen. Ist gut, sonst kannst du vielleicht noch irgendwas anstellen. Warte kurz, ich komme gerade. So gut, ich habe den Gips gefunden. Okay, alles klar. So, alles klar, ich habe dir gerade den Gips schon angestellt. Jetzt kannst du ruhig nach Hause gehen. In sieben Wochen kannst du zurückkommen. Ist gut? Also, tschüssi. Tschüss. Hallo Kinder, heute habt ihr hoffentlich was gelernt. Man klettert nie auf den Bäumen, sogar wenn es nicht rutschig ist. Man kann immer runterfallen und auf dem Arm brechen, wie ihr bei mir gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.